Hallo, ich heiße Ida und ich bin 50 Jahre alt. Hallo, ich heiße Anna und ich bin 50 Jahre alt. Hallo, ich heiße Mia und ich bin 50 Jahre alt. Wir leben in Dienmark. Wir waren eine ganze Woche in Berlin und haben viel gesehen. Wir besuchen die E-Site Gallery an einem der Tage. Es war sehr schön. Wir haben das Holocaust Memorial besucht. Es war sehr schön. Wir haben dieses Gefängnis namens Hohenschönhausen. Besucht und es war wirklich aufregend. Das hat uns am besten gefallen. Ich bin 50 Jahre alt. Da letzte Tage Berlin war wir sehen. Wir haben viele sehen's Wurdekeiten gesehen. Es war super. Alles ist so heiß, es war. Waren ist eine gute Ausrichtung. Viele Starbucks zu kaufen. Alles ist es okay. Vielen Dank.